Herzlich und schmerzlich willkommen und willkommen zurück eventuell hier im Minenpark-Ressort Urgestein. Wir haben natürlich nach wie vor sehr viel zu tun, es gibt auch sehr viel zu sehen, deswegen fangen wir auch sofort an. Ich wünsche euch viel Spaß mit Prehistoric Kingdom. Was? Dieser Weg ist abgesperrt? Das geht ja nun mal gar nicht. Kommen wir klettern über die Zäune, Leute. Vielen Dank fürs Einschalt übrigens, ich bin der Vorbuddler. Ich habe schon wieder viel Spaß hier mit meinem Dinosaurier-Spiel Prehistoric Kingdom. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, schaut euch diese schöne Passstraße an, die ich hier entworfen habe und dann biegen wir hier gleich rechts ab und schauen hier in den Meteoritenkrater, den ich mir habe einfallen lassen. Ich denke, er passt sehr schön in unseren Dinopark. Allerdings werden wir hier ein Wollnashorn unterbringen, ich erkläre euch auch gleich noch warum und wieso. Ihr wisst natürlich, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Ach was. Nee, aber wegen eines Meteoriteneinschlags vermutlich, höchstwahrscheinlich. Und danach haben die Säugetiere praktisch die Kontrolle übernommen, weil sie anpassungsfähiger sind, als die Dinosaurier es waren. Und so sind letztendlich dann auch nach vielen Millionen Jahren wir Menschen entstanden. Allerdings ist das eine ganz andere Geschichte. So, warum jetzt ein Wollnashorn? Ja klar, weil das passt hier gut rein von den Ansprüchen, die es hat. Natürlich ist es auch ein sehr cooles Tier. Aber es braucht auch nicht so viel Platz, wie zum Beispiel ein Mammut. Mammut braucht sehr viel Platz, das würde hier nicht reinpassen in den Krater. Ein Säbelzahntäger wäre natürlich auch eine Option gewesen. Allerdings braucht er sehr viel Wald und ich glaube, hier im Krater gefällt mir das nicht, wenn wir da so viel Wald drin haben. Ich mache jetzt hier auch nochmal ein bisschen Gelände rein. Ich möchte hier den Weg rumführen, hier an dieser Kante. Hier hinten machen wir dann so einen kleinen Rastplatz hin und eine kleine Terrasse, damit man näher an die Tiere rankommt. Aber das kann hier durchaus nochmal so ein bisschen tiefer gemacht werden. Mal schauen, wie wir das hinterher verbinden können. Das ist ein bisschen fummelige Arbeit. Ich denke mal, um die kümmere ich mich jetzt auch einfach. Guck mal, so geht das. Und dann vielleicht glätten. Mal gucken, wie wir den Weg dann da lang bauen, dass wir hier irgendwo auskommen. Vielleicht auch ruhig ein bisschen erhöht. Und hier möchte ich gerne noch einen Durchgang haben. Ihr seht hier, ich habe mich ja schon ein bisschen aufgemalt, wo der Weg dann später noch weiterführen soll. Auch hier ein bisschen getestet, von wegen der Größenverhältnisse. Also da müsst ihr jetzt noch nicht so richtig hinschauen. Ist alles noch im Versuchsstadium. Wo ihr hinschauen solltet, während ich jetzt hier versuche, den Weg mal fertig zu machen. Das ist die Rekapitulation. Es gibt nämlich sehr viel zu sehen seit der letzten Folge. Ich habe sehr viel reingehauen. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß mit. Ja, junge Frau, kommen Sie mal bitte aus den Blumen. Aber ein bisschen plötzlich, was macht die denn da? Ja, diese Blumentöpfe habe ich jetzt hier aufgestellt im Besucherzentrum. Da waren wir in der letzten Folge noch dran, haben das innen etwas fein gemacht. Und ich habe noch ein bisschen nachgelegt. Ich habe noch nicht so schnell aufgehört. Zum Beispiel, wenn wir diese schönen Kuschelecken hier einfallen lassen, diese kleinen Nischen schön verkleidet. Und auch hier ein paar Paneele und ein Dach über den Shops. Das sieht doch alles viel besser aus. Aber offensichtlich kommen die Besucher noch nicht so richtig klar hier mit meinen selbst gebauten Pflanzentöpfen. Das ist sehr schade. Gucken wir mal hier drüben. Ja, der T-Rex da vorne, der hat jetzt auch ein Podest bekommen. Das sieht ein bisschen besser aus, hier in dem großen Raum. Auch hier nochmal die ganzen Nischen und dahinten steht noch jemand in den Blumen. Und hier auch. Super. Naja, da muss ich das nochmal ein bisschen ändern. Offenbar kommen die Besucher nicht mit diesen Objekten klar, denn diese Blumentöpfe habe ich ja zusammengebaut aus so fertigen 3D-Objekten. Naja, gut. Klappt leider noch nicht. Gucken wir draußen mal die Terrasse an. Das ist natürlich ein schönes Projekt hier, wenn das mal alles fertig ist. Etwas stabilisiert habe ich das alles. Das sieht jetzt ein bisschen bombastischer aus. Und vor allem führt hier dieser schöne Steg mitten in das spätere Sauropodengehege. Also hier soll ja wirklich eine riesengroße Wiese entstehen, bis da hinten zu dem Hügel hier richtig rum. Und ja, praktisch das Zentrum unseres Parks sein. Und ganz viele Sauropoden beheimaten. Und das ist sicher sehr schön, wenn man hier mit dem Steg dann da reinläuft ins Gehege. Ja, das mache ich glaube ich auch relativ häufig. Jetzt in dem neuen Gehege, was wir gerade bauen, im Meteoritenkrater, habe ich das nämlich auch so vor. Aber gut, eins nach dem anderen. Wir haben jetzt auch mehr Energie, wie ihr seht. Ich habe diesen ganzen Bereich hier nochmal etwas erweitert und auch gerade gerückt. Wege angeschlossen an unsere Bootstätte. Und im Styracosaurus-Gehege ist hier dieser kleine Unterstand dazugekommen. Außerdem habe ich noch so ein kleines Ding hier gebaut, um die Futterstelle zu überdachen. Ja, sieht so aus, als wäre die Styracosaurus hier tatsächlich etwas hängen geblieben. Wahrscheinlich wegen der Balken hier ringsherum. Das müsste sich also nochmal ändern. Vor allem auch beobachten, woran es denn nun wirklich liegt. Aber wir folgen dem Weg jetzt erstmal weiter Richtung Meteoritenkrater. Das wäre dann hier diese Stelle, wo wir vorhin schon über den Zaun geklettert sind. Und da ist dann hier auch ein neuer Weg entstanden mit so einem Durchgang. Und das ist dann auch wieder eine Terrasse, wo man hier auf diese Wiese blicken kann. Sehr schön, man ist auch mal sehr nah an den Tieren. Mal gucken, wie das alles hinterher auch funktioniert, wenn auch erstmal die KI im Spiel ist. Aber gut, soweit ist es noch nicht. Erstmal haben wir hier mit dem ganzen Bauen und Planen unseren Spaß. Und damit geht es dann auch jetzt erstmal zurück auf unsere Meteoritenbaustelle. So, der Styracosaurus ist wieder frei. Es hat mir doch keine Ruhe gelassen. Es waren tatsächlich leider diese Balken, die ich hier unten hingelegt hatte. Da ist der wohl irgendwie hängen geblieben. Sehr schade, sah ja schön aus. Diese Umrahmung, was willst du machen? Ich finde halt diese Platten etwas einfältig und möchte die immer gerne verkleiden. Aber solche Probleme werden die Entwickler bestimmt im Laufe der Zeit noch in den Griff bekommen. Wir werden jetzt hoffentlich auch den Meteoritenkrater in den Griff bekommen. Ich habe den Weg also angeschlossen. Das war relativ fummelig wegen dem Gefälle hier. Man hätte auch, was weiß ich, so ein Treppenhaus bauen können, wie ich das an einer anderen Stelle auch schon mal getan habe. Es gibt immer Optionen. Auf jeden Fall finde ich das hier schon mal ganz schön, wenn man hier so reinkommt. Dicke Eiche hier. Ganz gut. So, und dann führt der Weg hier außen rum. Ein ganzes Stück bis hier hinten. Hier gibt es eben auch noch einen Durchgang. Und ja, ich denke mal, hier werden wir unseren ersten richtigen Fleischfresser mal hinsetzen. Und da habe ich mir so ausgedacht, dass man dann eventuell in der Nähe auch so eine Schutzhütte bräuchte. Und da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Ich habe da hinten so eine geheime Wiese, wo ich immer irgendwie experimentiere und irgendwas baue. Und das gucken wir uns mal an. Vielleicht stellen wir hier dieses Schutzgebäude einfach mal hin. Schön auf den Boden. Ja, so, so vielleicht. Und verbinden dann auch später noch den Weg. Jetzt wollte ich erst mal das Gras entfernen. Und wir gucken uns das Gebäude auch ruhig von innen an, denn es hat tatsächlich auch eine Innenausstattung. Das muss ja sein. Ich bin jetzt nur gespannt, wie das klappt. Ob die Leute jetzt auch hier durch diese Türe gehen, glaube ich ja irgendwie nicht. Da muss ich wahrscheinlich noch mal was ändern. Aber rein optisch haben wir jetzt hier jedenfalls schon mal einen Schutzraum. Da ist sogar eine Toilette hinten eingebaut. Hier stehen noch ein paar Automaten rum, eine Bank und ein bisschen eine Blume, damit es nicht ganz so trostlos aussieht. Und ja, hier kann man sich dann im Notfall mal kurz zurückziehen, bis dann, was weiß ich, der in Dominus Rex draußen wieder vorbeigezogen ist. So, schon ist der Weg angeschlossen. Gar kein Problem. Und ich bin gespannt, wie das dann und ob es überhaupt funktioniert. Ja, hier seht ihr so eine Stelle, die ich meine. Ab und zu funktioniert das. Das ist natürlich komplett unlogisch. Ich denke mal, hier sollten wir auch nochmal so ein Treppenhaus hinbauen. Und jetzt halten wir uns damit aber nicht länger auf, sondern stecken das Gehege ab. Erstmal möchte ich hier die Steilkanten wirklich nah an den Weg ran bringen, dass das richtig steil da vorne ist und gefährlich aussieht. Ja, machen wir uns ruhig mal etwas anders und fangen jetzt nicht mit dem Gehege an, wie ich erst dachte, sondern setzen hier erstmal so einen kleinen Steg hin. Und das habe ich mir jetzt vorgestellt, ja, so, dass wir den kurz hier so anpassen. Da muss er gar nicht so weit reinführen, obwohl noch ein Stückchen ist möglich, sowas vielleicht. Und dann bauen wir hier noch eine kleine Plattform davor. Erstmal brauchen wir hier noch ein paar Stützen, damit wir auch von der Höhe her seht, das könnte ruhig noch ein bisschen, ach doch, das reicht, es ist hoch genug. Ich glaube, der ist jetzt so auf, hier oben so auf mindestens zwei Meter hier, dann sind das schon fünf oder so. So, Balken schweben schon in der Luft, so ungefähr, ne, so ungefähr. So, das wird ein ganz schlichtes Design, wie ihr seht, das ist nichts Tolles. Und das Schöne ist ja, dass die Besucher darauf laufen können. Wenn da ein Weg hinführt, gehen die auch hier rüber. So, das ist schon mal sehr schön. Die Gruppe ist auch okay, man muss ab und zu aufpassen, dass man nicht noch eine andere Gruppe aktiviert hat oder irgendwo noch ein anderes Objekt. Und dann, ja, praktisch so eine Riesengruppe erzeugt mit so einer Riesengrundfläche. Wir haben hier dieses Geländer, Modern 6 und das ist sehr schön. Oh, hier sollte ich mal bitte das hier einschalten, so. Und dann versuche ich hier mal die Geländer anzubringen. Und die eine Seite ist mir schon ganz gut gelungen. Das ist natürlich eine ganz schöne Fleißarbeit immer, je nachdem. Deswegen baue ich auch nicht gerne so riesengroß. Oder man baut modular, wie wir das auch in Planet Social schon häufig gemacht haben. Jetzt kopieren wir einfach die eine Seite auf die andere mit dem intelligenten Tool. Ich hoffe mal, dass ich alle erwischt habe. Ja, sieht gut aus. So, dann kann jetzt auch keiner mehr in das Wollnashorn-Gehege. So, dann kann jetzt auch keiner mehr in das Wollnashorn-Gehege runterfallen. So, dann habe ich hier hinten noch den Bereich etwas abgerundet, dass es ein bisschen schöner aussieht. Auch ruhig mal so eine schwarze Mauer dazugetan. Das ist immer das Problem mit den runden Stücken hier, diesen runden Ecken. Da haben wir leider noch keine Zäune, die da drauf passen oder sowas ähnlich. Da müssen wir immer diese massiven Sachen nehmen. Aber hier im Meteoritenkrater sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus mit diesen dicken, fetten Mauern. Natürlich sollte man das hier vielleicht noch fortsetzen, dass wir hier den Bereich eben auch noch kurz etwas absperren. Und da setzen wir dicke Felsen vor und dann machen wir hier nochmal, das ist ein bisschen dicht. Ja, der Weg, der geht da ein bisschen rüber. Es ist fummelig mit den Wegen. Das war die einzige Möglichkeit, den hier hinzulegen. Ja, ihr seht also hier, wie schief das letztendlich geworden ist. Also, es passt ja hier in diesen Bereich. Ist das ja okay so. Aber seht ihr einfach mal, wie schwierig das hier eben auch noch ist, weil wir auch von den Geländetools noch nicht so richtige Sachen haben, wo wir richtig schöne Gefälle bauen können. Das ist alles so mit Soft-Tool und irgendwie dann nochmal das Plättentool und so ein Gemisch. Und dann hoch und runter, bis es dann irgendwann mal passt. Ja, aber macht euch keine Sorgen, denn neue und bessere Geländetools sind ja auch noch auf dem Programm. Die werden noch entwickelt, die sollen also auch irgendwann mal kommen. Werden wir dann sehen, also ist alles noch in Arbeit. Schauen wir mal, dass wir hier hinten noch eine kleine Plattform anbauen. Dafür habe ich die Snap-Funktion an und versuche das jetzt hier mit den 3D-Griffen schräg zu stellen. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Dann können wir nämlich später auch Geländer hier anfügen, weil wir nämlich keine runden Stücke nehmen. Und pass auf, jetzt vergrößern wir das ganze Ding. So, bis es da so ein bisschen ranpasst. So ungefähr, ja, so. Und machen das wieder etwas flacher. Das ist ja jetzt auch in der Tiefe hier etwas stabiler geworden. Gehen wir mal wieder etwas zurück und schieben das noch etwas nach unten, sodass wir jetzt hier eine schöne, saubere Kante haben. So sieht es doch ganz gut aus. Bestätigen, ausmachen und dann haben wir hier so eine kleine, aber feine Besucherplattform. Da brauchen wir jetzt auch gar keine dollen Stützen mehr dran zu machen. Wir werden da jetzt einfach das Geländer ringsherum ziehen. Kopieren wir hier raus, passen das hier so an und werden das jetzt etwas von der Größe verändern. Verändern, also transformieren. Einfach nur in die Länge ziehen und anpassen. Kopieren wir dann zur anderen Seite rüber oder auch erstmal hier gegenüber der Reihe nach. Und dann wird das so lange gebogen und geschoben, bis es passt. Und schaut mal, da sind wir damit schon ganz gut klar gekommen. Kann man sich jetzt ranhalten, das alles noch ein bisschen gerade und noch ein bisschen schöner zu machen. Warum nicht? Die Zeit kann man sich ja ruhig nehmen. Schön, schön. Und dann setzen wir hier oben nochmal so einen Balken drauf und verkleiden das alles auch noch ein bisschen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit solchen Holzbalken? Die passen doch hier ganz gut zu. Die kann man auch vielleicht ruhig ein bisschen drehen. Warum nicht? Sieht dann noch besser aus. Und dann setzen wir die einfach so mit Augenmaß etwas da drunter, drei, vier Stück. Suchen wir uns die alle nochmal aus und schieben die etwas in die Mitte. Vielleicht kann man die Kante hier unten auch nochmal etwas verstecken. So einem rustikalen Baumstamm. Etwas tiefer. Vielleicht den auch noch etwas dehnen. Ja, das sieht gut aus. So haben wir so eine richtige schöne Stolperfalle da eingebaut. Die wir jetzt hier noch in die Mitte rücken. Muss eigentlich nicht, sieht man gar nicht mehr später. Ist aber egal, wir wissen Bescheid. So, das gefällt mir ganz gut. Also kopiere ich das ganze Ding da hinten einfach hier nochmal nach, von hinten nach vorne. So. Mal so einen Eingangsbereich, ja. So ein bisschen deutlicher, da kann man auch hier oben nochmal ein Schild drauf bauen. Jetzt werden wir erstmal hier noch ein bisschen Beleuchtung schaffen. Einfaches ist natürlich diese Lampen zu nehmen, die man einfach oben drauf legt. Auch hier kann man dann natürlich nochmal irgendwas Extravagantes sich ausdenken. So was baue ich dann aber gerne auf meinem Testfeld und nicht jetzt hier so live, wenn was fertig werden soll. Also man kann unheimlich schöne Kleinigkeiten machen. Ich habe gesehen, jemand hatte sogar so eine richtige Büroausstattung mit Schreibtisch, Computer, Bücherschrank. Aber so richtig gut gebaut. Also angefangen hatte ich mit so einem Projekt auch schon. Ich habe auch schon einen Tisch gebaut mit einem Computer drauf und einem Bildschirm. Allerdings noch nicht so detailliert. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, auch auf die Polygone. Bei dem Spiel hier kostet alles Ressourcen. Also man kann schon, muss dann den Mittelweg finden. Ich brauche das nicht ganz so detailliert machen. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel möglich. Und wer da Spaß dran hat, der kann sich da stundenlang dann aufhalten. Hier hinten würde ich jetzt gerne noch irgendwie ein Gebäude hinstellen. Das ist auch eins meiner Testbauten. Ich gucke jetzt gerade mal wegen der Größe. Das ist alles noch etwas zu eng hier. Also stelle ich das mal eben hier unten ab, damit ich es in der Nähe habe. Und werde hier diesen Bereich einfach nochmal etwas plätten, dass wir hier mehr Platz haben. Gehen wir mal hier so richtig nochmal ran. Haben wir schon da oben noch ein bisschen Gestein liegen. Ist natürlich schon riskant, das hier unter so einer Steilwand zu bauen. Aber es ist ja sowieso nur aus Pappe. Unser Meteoritenkrater ist ja künstlich. Da haben wir dann dafür gesorgt, dass da nichts passieren kann. Würde hinpassen. Ich habe jetzt leider nur das Problem, dass ich das nicht so richtig schön drehen kann. Nahtlos. Das ist ein bisschen blöde gemacht, dass man da extra nochmal in das Baumenü rein muss. So, nehmen wir irgendeinen Teil. Und da deaktivieren wir jetzt hier die Snap-Funktion. Und dann gilt das auch hier für unser Gebäude. Das kann ich jetzt nehmen und jetzt auch wieder frei drehen und wenden, wie ich will. Gedacht war das eigentlich so. Allerdings gefällt es mir hier an der Stelle so noch etwas besser. Macht mehr Sinn. Lassen wir mal ein bisschen Platz hier. Kann man ja gut mit dem Raster so ein bisschen abschätzen. So ist es okay. Und dann machen wir unten den Weg noch etwas breiter. Drückt bitte die Daumen, dass das auch funktioniert. Natürlich muss das Gebäude auch erstmal auf den Boden gesetzt werden. Ich habe hier so ein paar Bauteile, die in der Erde versenkt sind. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen, sonst schwebt das. So, das ist ein bisschen fummelig, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt im Gebäude, versuche alle Wandstücke zu markieren, um sie dann in der Textur zu ändern, damit es sich natürlich besser in die Gegend passt. Aber so kann man es natürlich machen, dass man hier so ein Standardgebäude baut nach seinem Geschmack und es immer wieder irgendwo hinstellt, allerdings dann nur noch die Textur ändert. Und so hat man halt so einen Baustil, allerdings, der sich dann immer so ein bisschen anpasst an die Umgebung. Gucken wir mal, ob ich alles erwischt habe. Seht ihr, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Hier sind natürlich noch ein paar Teile wie diese Säulen. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Aber es ist ja nur dieses eine Stück hier, noch eins daneben, so. Ja, kann man gut machen. Das ist gar nicht so schlecht. Und hier hinten die Bereiche auch noch. Gehen wir hier nochmal ran, da oben am Dach. Na also, dann werden wir hier hinten noch so ein halbhohes Mäuerchen hinbauen, was den Weg etwas begrenzt. Oh, dann ist das schon eine schöne runde Sache hier, ne? So, doch noch was vergessen gehabt. Jetzt müssen wir es aber wirklich haben. Gut, schauen wir kurz rein. Bank und Fenster und Beleuchtung und natürlich auch hier wieder ein Kaugummiautomat und Toiletten. Selbstverständlich mit Garderobenhaken und ein bisschen Bepflanzung. Nach oben gucken wir nicht so, wir sind immer unten, hui, oben, phui. Alles klar, jetzt wollen wir uns allerdings wirklich mal endlich um das Gehege selbst kümmern. Ist noch ein bisschen blöde, weil wir dafür jetzt den Zaun nehmen müssen. Ich gucke auch gleich mal nach, welchen wir genau brauchen. Aber schon mit dem nächsten Update, wenn man dieser To-Do-Liste glauben kann, wird es wohl unsichtbare Zäune geben. Das ist sehr schön. Das kennen wir auch aus Planet Zoo. Damit können wir halt ein Gehege abstecken, ohne dass wir einen Zaun benötigen, da das Gelände dann das Gehege begrenzt. Und das wäre ja hier super vortrefflich. Also da kommt glaube ich kein Nashorn hoch und die gefährlichen Stellen würden wir noch ausgleichen. Aber wir bräuchten eben keine richtigen Zäune. Ne, müssen wir jetzt erst noch machen, damit es funktioniert. Werden wir dann später austauschen. Ich gucke mal eben nach, was wir überhaupt für Zäune brauchen. Für den Coelodonta. Ich sage einfach Wollnashorn. So, und da seht ihr hier 4000 Quadratmeter nach. Hoffentlich passt das. Es darf nicht so besonders voll sein. Also ich denke mal, Männchen und Weibchen sollten wir uns anschaffen. Ja, und da ist das, was ich möchte. Stärke 2, seht ihr, das ist nicht so viel. Und 1 Meter. Einen ganz kleinen Zaun können wir da mal nehmen. Passiert schon nichts. Hier seht ihr auch, dass das Wollnashorn nur ganz wenig Wald benötigt. Und auch noch ganz wenig Wasser. Und das ist perfekt praktisch für so einen Meteoritenkrater. So, Stärke 2, das ist natürlich wenig für so ein riesiges Tier mit so einem Horn. Das scheint sehr gutmütig zu sein, das Nashorn. Und ja, die Betonzäune sind natürlich gar nicht so schlecht. Vom Material würde das gut hinpassen. Ich denke mal, nehmen wir mal so einen Betonzaun. Kann man angeblich einen färben. Aber da passiert leider nichts. Ich dachte immer, ich dachte immer so einen komischen braun-rot Ton. Aber guck mal, da passiert leider überhaupt nichts. Gut, jetzt bauen wir den hier mal relativ nett und freundlich hin. Hauptsache, wir können das Gehege mal zusammensetzen. Seht ihr, das ist natürlich nicht besonders schön. Also da müssen wir jetzt erstmal mit leben. Ah, die Höhe haben wir sehr gut abgeschätzt. Passt wirklich genau. Wie Hinterteil auf einmal. Und wir haben 6500 Quadratmeter. Sehr gut. Okay, dann schaut doch mal, wie ich das hier mache. Auf der einen Seite habe ich es jetzt fertig. Ich denke mal, das ist die beste Möglichkeit. Sieht auch sehr gut aus hier in dem Meteoritenkater. Ist nicht genau das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Aber ist natürlich üblich so, dass man Felsen nimmt, um die Zäune zu verstecken. Und das sieht schon sehr gut aus. Auf der einen Seite bin ich damit jetzt fertig. Jetzt machen wir mal die andere Seite. Und das geht eigentlich relativ einfach. Dann nehme ich mir am besten hier diesen Stein. Den kann man gut verwenden dafür. Und dann vergrößern wir den erstmal. So, und dann machen wir den auch noch viel höher. Und ruhig etwas schmaler. So, und das ist jetzt unser Standardbaustein. Und den nehme ich jetzt hier einfach, setze den hier so vor. Und kopiere den dann immer. Drehe den am besten mit 45 Grad Einstellungen. Und die passen jetzt erstmal so alle nebeneinander. Ich weiß, das sieht alles noch nicht so toll aus. Weil das immer dasselbe Muster ist, mehr oder weniger. Obwohl ich den jetzt mal schon ein bisschen drehe. Aber auch die Höhe und unten können wir hier mal so ein bisschen anpassen. Wir machen jetzt erstmal Fläche. Und gehen dann später einzeln nochmal kurz durch. Klicken einzelne der Steine an. Drehen die nochmal. Vergrößern die, verkleinern die. Bis das doch wirklich passt. Und auch wirklich der allerletzte Felsenmensch zufrieden ist. Okay, dann kann man den anklicken. Ein bisschen vergrößern. Bestätigen. Hier den direkt mal vergrößern. Auch ruhig nochmal komische Sachen damit machen. Warum nicht? Hier nochmal irgendwas drehen. Und vergrößern. Und vergrößern. So, dass die Leute da nicht direkt reingucken können ins Gehege. Soll immer alles spannend sein. Die sollen erstmal auf den Besuchersteg gehen. Sonst nehmen wir ja den Aha-Effekt weg. Im Vorfeld. Und dann wollen wir das schön spannend haben. Hier gucken wir mal. Aber das sieht doch gut aus hinterher. Ja, gerade nochmal ein paar Pflanzen hingestellt. Mal gucken, wie es später aussieht. Müssen wir dann am besten hier mit dem Pinsel machen. Mit dem großen Landschaftspinsel. Und gucken, dass die Bewertung dann auch stimmt. Und wie gesagt, das Nashorn braucht nur ganz, 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 ganz wenig Wald. Allerdings, wenn ich ein Nashorn wäre, vor allem ein Wollnashorn, dann würde ich mich auch ganz gerne mal erfrischen wollen. Gerade in so einer trostlosen Gegend. Deswegen brauchen wir hier noch Wasser. Und da habe ich hier so eine kleine Bucht gebaut. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, wie das wohl aussieht, wenn wir jetzt hier versuchen, einen Wasserfall einzubauen. So, dann haben wir hier zwei Wassereffekte unter Special einsortiert. Den eigentlichen Wasserfall und auch einen Wassersplash. Dann gucken wir erstmal hier, dass wir den Wasserfall... Ich glaube, er muss das Spiel starten, damit wir den sehen. Genau. So, und eigentlich sollte der jetzt... Ach, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Komm, klicken wir einfach mal drauf. So. Kann hier so aus dem Felsen sprudeln. Da werden wir hinterher noch ein bisschen abdecken. Da ist also eine richtig schöne Quelle. Gucken wir mal, ob das auch wirklich... Ja, doch. Ich habe jetzt halt diese Oberflächen-Snap-Funktion eingeschaltet. Machen wir die mal aus, um zu sehen, wie das dann aussieht, beziehungsweise wie es funktioniert. Also, da liegt es unten auf dem Boden. Ganz flach. Und so ist es eigentlich in der... Ah ja, so ist es in der richtigen... Im richtigen Winkel. Ja, das sieht doch ganz schön aus, so. Machen wir es ruhig noch ein bisschen stärker. Ich kann hier ruhig noch ein bisschen sprudeln, denn das Wasser beginnt erst hier unten. Naja, komme ich halt nicht ran mit dem Terraforming-Tool hier. Aber das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Hier kommt noch ein Stein oben drüber und dann sieht das wirklich gut aus. Weiter geht's mit dem Plätten dieser kleinen Fläche hier, denn ich bin jetzt mal ganz dreist. Hinten rum vielleicht noch mal ein bisschen abflachen. Und verwende ein Gebäude, was schon im Spiel ist. Nämlich diese Felsenhöhle hier als Unterschlupf für die Nashörner. So rum würde die nämlich sehr schön aussehen hier, denke ich mal. Und dann setzen wir die hier unten auf den Boden. Warum nicht? Ja, wir tun auch so schon genug. Können auch ruhig mal ein bisschen fuschen und auch mal Dinge nehmen, die im Spiel sind. Auch das wollen wir ja beurteilen. Das sieht doch sehr schön aus. Mir gefällt auch gut, dass die Felsen hier eine etwas andere Farbe haben. So, jetzt bräuchte man nur noch ein bisschen Futterchen. Trinken haben wir ja schon. Wasser nehmen die ruhig aus dem Fluss hier zum Beispiel. Und dann werden wir hier mal eine Futterstelle aufbauen in der Nähe der Besucherterrasse, dass man da auch ein bisschen zugucken kann. Ja, und jetzt müssen wir natürlich erstmal das Tier holen, um beurteilen zu können, ob es sich denn hier wohl fühlt. Was wir noch machen müssen an dem Gehege, Pflanzen und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich würde das immer, ich würde am liebsten das Gehege vorher komplett fertig machen. Und da müsste es eine Möglichkeit geben, dass man das vorher beurteilen kann. Zum Beispiel, sobald man den Zaun gezogen hat, könnte man vielleicht dem Zaun sagen, was hier für ein Tier rein soll. Und dann hat er schon die Werte, die man braucht. Dass man nicht immer erst das Tier hier freilassen muss. Da sind sie schon, unsere beiden hübschen, behornten. Gucken wir sie mal an. Oh, ihm geht es noch gar nicht gut. Was hat er denn für ein Problem? Das Habitat ist noch nicht so richtig toll. Nature fehlt ihm natürlich. Ja, okay, das verstehe ich. Und er braucht hier nochmal wieder so ein Spielzeug. Das ist sowieso immer nur Standard. Mehr haben wir leider noch nicht im Spiel. So, das wird aber schon besser. Ja, der wird gleich schon noch was fressen und auch was trinken. So, und hier haben wir eben das Problem. Wasser haben wir genug, aber noch gar nicht genug Pflanzen. Da wollte ich diese Borealenpflanzen nehmen. Und da können wir uns jetzt mal ein bisschen was aussuchen. Und zwar hier am besten mit unserem Pinsel. Machen wir den nicht ganz so stark, denn so viel brauchen wir auch wieder nicht. Und auch ein wenig schmaler, damit wir nicht solche großen Flächen bestücken. Aber diese roten Büsche finde ich schon mal ganz gut. Gut, seht ihr, ich habe hier unten den Filter Boreal ausgewählt. Und dann können wir hier noch so eine Douglas-Tanne nehmen. Und was ist das? Eine Lasker-Zeder oder was das ist? Ja, warum nicht? Nehmen wir die ruhig mal. So, und dann lasse ich hier das Fenster mal offen. Vielleicht können wir dann hier noch sogar live sehen, wie das hochklettert. Und, ah, ja, guck. Seht ihr, das geht nämlich super schnell. Dann ist das hier schon voll. So mehr brauchen wir schon gar nicht. Also nehme ich die Bäume mal raus. Und mache mal nur so ein bisschen Buschwerk. Vielleicht kommen wir damit noch klar. Ja, das scheint gut zu funktionieren. Denn das sieht ja sonst noch ein bisschen kahl aus. Hier so am Rand, das ist schön. Auch so in die Felsen rein. Können wir da oben auch noch mal verkleiden. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Ich bin immer selber sehr überrascht, wie schön das dann hinterher wird. Und wie sieht es aus? Ja, immer so vorsichtig sein. Ein bisschen geht noch. Das ist ja jetzt auch jetzt, ja, ist ja kein Weltuntergang, wenn man ja jetzt ein paar Pflanzen zu viel drin hat. Die sind jetzt hier schon auf 100 Prozent. Das ist doch super. Gut gelaunte Tiere. Ja, da war es dann ein bisschen zu viel. So, alles wieder gut. Leider, ja, hier Shelter Space, also hier Unterschlupf, wird irgendwie nicht anerkannt. Da habe ich aber auch noch nie gesehen, also, dass die da überhaupt irgendwo reingehen. Ich glaube, das ist sowieso alles noch nicht im Spiel. Das ist denen noch völlig egal. Die sind ja auch so Dinosaurier, beziehungsweise hier solche Wollnashörner. Naja, die legen sich bestimmt schon mal ganz gerne irgendwo ins Schatten oder irgendwie ins Trockene. Aber ich glaube nicht, dass die unbedingt irgendeinen Stall brauchen. Wir bauen ihnen natürlich trotzdem immer gerne eine Bestallung. So, der Zaun ist weg. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Besucher den Weg auch schon finden. Das ist ja eine neue Attraktion, müssen sich hier oben über den Pass schlängeln und dann hier runterlaufen. Das ist ein großer Intelligenztest jetzt für die Besucher. So, und das ist auch ein lieber Freund, dem wir bisher noch gar keine Beachtung geschenkt haben, groß. Das ist der kleine Mistkäfer hier, beziehungsweise so klein ist der gar nicht. Aber das darf man auf keinen Fall vergessen. Das ist die einzige Möglichkeit, den Code loszuwerden. Was macht er denn da hinten? Oha. Ich glaube, dem helfe ich mal. Den kann man ja zum Glück anklicken und dann mal irgendwie hier so nehmen. Und na, will er aber nicht. Vielleicht ins Wasser. Ja. Und? Aha, jetzt hat er es wieder. Gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht. So ein Kunststück muss er auch erstmal bringen mit der Figur. Respekt auch für unsere ersten beiden Besucher. Sie scheinen den Weg zu finden. Ja, die Wege noch zu verschönern und auch hier diese Lücken zu füllen und alles noch ein bisschen auszubessern und zu verfeinern. Das werde ich natürlich nochmal in einer separaten Sitzung machen. Heute ging es erstmal um dieses Gehege und ich glaube, das ist sehr schön geworden. Das sieht wirklich ganz gut aus. Die Tiere fühlen sich wohl. Das wollen wir immer. Das ist unser Hauptziel. Die ersten Besucher kommen auch allmählich hier angetrudelt. Und deswegen wird es beim nächsten Mal wieder munter weitergehen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst mich nicht allein. Vielen Dank für heute, wenn es euch Spaß gemacht hat. Wisst ihr, was ihr zu tun habt. Liken, kommentieren und was geht? Supporten. Alles klar, vielen Dank dafür. Bleibt sauber, habt viel Spaß noch. Und lasst euch auch von den Wollnashörnern keine Angst einjagen.